Ich darf Sie recht herzlich begrüßen über eine Lernheit über zukünftige Bildungstechnologien oder sagen wir besser, woran vorerst derzeit das Gebild Bildungsinformatik und wie sehe ich ganz persönlich die nächsten Schritte. Das bedeutet zwar, dass ich aufgrund meiner Tätigkeiten im Themenfeld zwar grundsätzlich Bescheid weiß, wo sich das Forschungsfeld befindet, aber selbst kann ich keine nachhaltigen Zukunftsperspektiven geben. Denn es kann morgen eigentlich etwas passieren, was einfach bestehende Strukturen aufbricht. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei immer, dass es das iPhone gebraucht hat, um mobiles Internet salonfähig zu machen. Heute, 13 Jahre später, sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, wir haben ein Überangebot an Apps. Dinge, die auch zum Beispiel um die Jahrtausendwende undenkbar waren. Und genau das wird unter der Aussage, dass Digitalisierung disruptiv ist, verstanden. Technologien können eben die Gesellschaft nachhaltig verändern und zumeist nicht, indem es diese im bestehenden Strukturen einbettet, nein indem sie einfach neu entstehen lassen. Und Sie als zukünftige Lehrperson haben daher die durchaus schwierige Aufgabe, sich auf diese neuen Technologien einzulassen. Zu entscheiden, welche Sie davon selbst in die Lehre übertragen. Das ist keine leichte Aufgabe. Weil wir auch sehen, dass dieser Wandel immer schneller wird. Daher versuchen wir auch eben gemeinsam daran zu arbeiten. In diesem Video möchte ich Sie mit Themenblöcken konfrontieren, wo ich glaube, dass Sie für die Zukunft Relevanz haben. Vielleicht erinnern Sie sich in vielen Jahren zurück und sehen, dass meine Prognose richtig oder eben auch falsch war. Beginnen möchte ich mit dem Forschungsfeld Mobile Learning oder Mobiles Lernen, welches erstmals um die Jahrtausendwende aufkam. Damals hatten wir noch PDAs mit Windows ME auf den Geräten und stellten uns eigentlich vor, wie die zukünftige Welt mobil aussehen wird. Dass dann das iPhone und kurz darauf weitere Smartphones kamen, war damals überhaupt nicht abzusehen. Aber letztendlich haben sie dann dazu geführt, dass M-Learning heute eigentlich normal geworden ist. Dabei sind aus unserer Sicht eben sechs Schwerpunkte zu unterscheiden. Erstens mobile Information. Diese geht immer einher mit der Informationsdarstellung unter dem Schlagwort responsive design und die Informationsverfügbarkeit, dass diese tatsächlich jederzeit und an jedem Ort vorhanden ist. Der zweite große Themenbereich ist Pod- und Wodcasting. Und das ist einfach das Themenfeld, mit einer möglichst einfachen Verbreitung von Ton und Bild für Lehr- und Lernzwecke zu arbeiten. So ist es heute ohne Probleme möglich, Lernvideos unterwegs grundsätzlich zur Verfügung zu stellen. Der dritte Themenkomplex ist Geolocation. Warum? Weil das Smartphone grundsätzlich weiß, wo es sich befindet. Diese Information ist spannend. Und vor allem, wenn man wissen möchte, an welchem Ort ich mich gerade befinde oder an welchem Ort ich mich befunden habe. Also wo zum Beispiel das Bild aufgenommen wurde. Der vierte Themenkomplex sind soziale Netzwerke. Die dienen sehr oft auch Lehr- und Lernzwecken und werden eben zumeist in Verbindung mit einem mobilen Endgerät verwendet. Danach die E-Books. Diese sind ebenso eigentlich unzertrennbar mit mobilen Endgeräten, wie spezielle E-Book-Reader oder eben Tablets verbunden. Und zu guter Letzt die ganz große Welt der Apps. Diese kleinen Applikationen, die direkt für Lehr- und Lernzwecke entwickelt worden sind oder auch solche, die man einfach im Rahmen von didaktischen Szenarien verwendet. Also heute sprechen wir in der Forschung kaum mehr von mobilen Lernen. Denn eigentlich ist mehr oder weniger jedes Endgerät mobil geworden und verfügt auch über einen mobilen Anschluss. Kurzum, das Forschungsfeld ist eigentlich zur Alltäglichkeit geworden. Heute gibt es aber gerade im Aufkommen des Internet of Things, kurz auch IoT, immer mehr Devices, die sich mit dem Internet verbinden. Smartwatches, Smartglasses, sogenannte Wearables oder auch neue Technologien wie NFC, Near Field Communication und diese lassen dann gänzlich neue Dinge zu. Wir reden daher heute immer mehr von Seamless Learning. Also ein Lernen, wo immer man möchte, unter Verwendung von vielen unterschiedlichen Devices, die alle mit dem Internet verbunden sind und irgendwo Daten hinliefern. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Nur man kann sich darunter vorstellen, dass meine Smartwatch mich in regelmäßigen Abständen an Lerninhalte erinnert oder dass ich Lehr- und Lernunterlagen unkompliziert zwischen Geräten mittels NFC übertragen kann. Auch können Sensoren Auskunft über korrekte ausgeführte Bewegungen geben, die man z.B. beim Erlernen von Bewegungen eben braucht. Immer mehr verbreitet sich auch das Thema der sprachgestützten Systeme, wie z.B. die Alexa. Nun warum sollten wir diese nicht verwenden, um über einen Zeitraum faktisches Wissen sich anzueignen? Kurzum, die Beschränkung besteht meiner Meinung nach vor allem durch uns selbst. Wir können uns gewisse Dinge einfach nicht vorstellen und natürlich auch dadurch, dass noch die entsprechenden Programme nicht entwickelt worden sind. Das Sammeln von Daten ist ein sehr guter Übergang zum Bereich Learning Analytics. Das kann man verkürzt so definieren, dass wir hier von Big Data für die Lehre und das Lernen reden. Kurzum, man verwendet Datenanalysen zum Zwecke des Lehren und Lernens. Wichtig dabei ist aber, dass die Lehrperson selbst im Mittelpunkt des Lernarrangements bleibt und der Computer nur die Analysen liefert. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ganz einfach am Beispiel des 1x1 Trainers. Den finden Sie unter dieser URL. Dort kann ein Kind das kleine 1x1 trainieren. Adaptiv spricht das Programm, versucht den Schwierigkeitsgrad optimal zu erfassen und wächst mit dem Kind einfach mit. Aber das Spannende ist, dass wir jetzt natürlich jede Rechnung in der Datenbank speichern und damit kann man global eine Aussage machen darüber, wie denn das kleine 1x1 überhaupt gelernt wird. Oder andersrum, wir wissen eben nach über einer Million Rechnungen, die in der Datenbank gespeichert wurden, was die schwierigste Rechnung des 1x1 ist. 6x8, 8x6 oder 7x8. Das ist die globale Aussage. Wir können diese Aussage aber natürlich je Schule, Klasse und auch je Kind sagen. Nun kann aber jetzt in weiterer Folge die Lehrperson den Unterricht individualisieren, indem jedes Kind genau die Rechnung bekommt, die schwerer war oder vielleicht gar nicht gekonnt wurde. Ähnliches haben wir dann im Rahmen des EU-Projektes IDA-Block versucht umzusetzen, indem man auch Texte analysiert und entlang von Kategorien versucht, eben persönliche Stärken und persönliche Schwächen herauszufinden und die Übungen exakt darauf abzustimmen. Ein weiterer Bereich ist die Make-A-Education. Aus dem Konstruktionismus von Pappert heraus hat sich das sogenannte aktive Lernen durch Konstruktion entwickelt. Kinder sollen also aktiv durch das Erstellen von konkreten Produkten lernen. Dadurch wird einerseits die Kreativität gefördert, weil ja jedes Produkt anders ist und andererseits der Zugang zu digitalen Technologien eben gefördert. Digitale Technologien sind zwar grundsätzlich keine Voraussetzung für Make-A-Education, aber sind oft gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt kann man sich fragen, welchen großen Felder umfasst denn diese Make-A-Bewegung? Und hierzu gehört einmal der Bereich des 3D-Drucks, wo man sich also eben polibige Objekte erstellen kann. So kann man sich vorstellen, dass man mit Kindern eine Stadt baut und jedes Kind für ein anderes Gebäude zuständig ist. Der Programmierbereich, indem man zum Beispiel selbst Apps spiele, mit einfachen visuellen Programmiersprachen wie Pocket Code oder Scratch erstellt. Der Bereich des Robotics, das heißt die Möglichkeit mit noch sehr einfachen Robotern zu arbeiten, wie Thymios, Ozobots oder auch Lego-Mindstorms. Dann der große Bereich des Physical Computing, in dem man ein Plantinen-Computer, zum Beispiel BBC Microbit, Calliope Mini bis hin zum Arduino, Raspberry Pi und so weiter bedient. Dann auch das Arbeiten mit analogen Tools, dazu fällt das Löten, Hämmern, Feilen bis man eben sein Produkt hat. Und ganz zum Schluss auch noch das Thema der innovativen Produkte, seien es eben neue Eingabegeräte, programmierbare Nähmaschinen, Vinyl-Cutter, Laser-Cutter und so weiter. Zu guter Letzt möchte ich natürlich auch hier das Feld Augmented Reality und Virtual Reality ansprechen. Das ist derzeit wohl das am meisten boominste Feld der Bildungstechnologien. Einerseits sehen wir nämlich tolle Anwendungen am Markt, vieler Ideen. Andererseits mangelt es uns aber noch an niedlichen Einsatzszenarien. Wesentlich ist auch den Unterschied zu kennen. Augmented Reality heißt, dass die reale Welt mit virtuellen Dingen überlagert wird. Das heißt, man selbst nicht zur Gänze Teil dieser virtuellen Umgebung ist. Das wäre nämlich dann tatsächlich Virtual Reality. Natürlich gibt es dazu die unterschiedlichsten gerade und alles ist sehr fließend. Und dazwischen redet man auch gerne von Mixed Reality. Also inhaltlich sind uns also kaum Grenzen gesetzt. So gibt es zum Beispiel T-Shirts, wo man schauen kann, wie der Körper von innen aussieht. Würfel, die uns ermöglichen, virtuelle Objekte zu erzeugen unter dem Stichwort Mergecube. Oder man lässt sich zum Beispiel auch ganz einfach an historische Orte versetzen. Oder zum Beispiel in Bergwerke. Auch sind so Experimente durchführbar. Wir denken derzeit meist nur an die Brillen. Aber der Weg zur entsprechenden Ein- und Ausgabegeräte für die Hände und Füße sind auch schon unterwegs. Oder auch smarte Kleidung kann in Zukunft damit zusammenspielen. Wie auch immer, das Feld ist generell vielversprechend. Aber hier stehen wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Besonders wenig Antworten gibt es auf die Frage, wie verwende ich eine solche Anwendung zum Zwecke des Lern und Lernens. Also die eigentliche ursächliche didaktische Frage. Damit möchte ich auch hier schließen und ich hoffe, ich konnte Ihnen wenig Einblick in die Zukunft des technologiegestützten Lern und Lernens geben. Bleiben Sie einfach aufgeschlossen gegenüber Technologien und helfen Sie so auch mit, es so einzusetzen, dass die Bildung der Zukunft weiterhin optimiert wird. Auch freue ich mich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten oder auch gerne einen Kommentar hinterlassen, was für Sie ein besonders innovatives Beispiel war, ist oder auch wird. Zusammengefasst habe ich hier also über folgende Bewegungen geredet. Mobile Learning, Seamless Learning, Learning Analytics, Make-A-Education, Augmented und Virtual Reality. . ... ... ...